Das Cajon, die fantastische Rhythmusmaschine. Unsere Volt Cool Cajons sind aus sorgfältig ausgewählten Hölzern, Birke und Buche hergestellt und bestechen durch handwerklich hochwertige Verarbeitung nach traditioneller spanischer Bauweise. Durch Resonanzseiten sind diese Cajons stimmbar. In einer kleinen Manufaktur in Grenada, Spanien, werden die Cool Cajons exklusiv für uns in Handarbeit gefertigt. Für den perfekten Sound. Damit das Aussehen mit dem Klang mithält, wurden in Zusammenarbeit mit einem Designer absolut abgefahrene Grafiken entwickelt, damit du auch optisch immer vorne dabei bist. Die Folien mit den Grafiken sind fachmännisch auf der Frontplatte und den beiden Seiten angebracht. Für eine fantastische Optik. Zusätzlich und bei jedem Cajon inklusive ein Sitzbett aus Mooskommi. Die optimale Sitzauflage, damit du bequem auf deinem Cajon sitzt. Und das Buch Cajon Basics. Hier werden auf 64 Seiten von Matthias Philipsen, Deutschlands meistgebuchtem Cajon-Workshop-Dozenten, die grundlegenden Spieltechniken und die ersten Rhythmen leicht verständlich erklärt, mit QR-Code inklusive 94 Audio-Files für den Hammer Grof.